Eigentlich will man für so etwas keine besondere Anerkennung, sagte Hanse, aber seine Familie ist sich sicher. Dafür hätte er bestimmt, wenn es einen Orden dafür geben, würde echt einen bekommen. Hanse Hinterseher ist nicht einfach irgendein Sänger. Er hat die Fähigkeit, mit seinen Melodien besondere Momente zu zaubern und Großes bewirken zu können. Man könnte sagen, nach dieser Nacht ist er so etwas wie ein Wunderheiler. Warum, fragt ihr euch ganz einfach, bei einem seiner Fans klopfte dieser Tage völlig unerwartet der Tod an. Sein Name, Sepp Steiner. Er erlitt einen Schlaganfall, lag im Koma. Die Sorge um sein Leben war groß. Dem Bewusstlosen wurde immer wieder die Musik des Schlagerstars vorgespielt. Nach 16 Tagen geschah das Wunder, Sepp Steiner wachte wieder auf. Hanse Hinterseher hatte ihn aus dem Koma gesungen. Hansi will sich mit diesem Erfolg nicht rühmen. Wir sollten versuchen, gut zueinander zu sein, sagt er bescheiden. Aber natürlich freut er sich mit dem Mann, den seine Musik rettete. Seine Fans finden diese Aktion echt spitze. Und für die Familie von Sepp Steiner wurde er zum Helden. Und für die Familie von Sepp Steiner wurde erbaut. Vielen Dank. Vielen Dank.